Oh So, wir müssen bombardieren und den und den Sagen 4 so Zwingen oben 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 Ach, das verpöse ich nicht. Ich weiß nicht, doch noch einen ist doch komisch. Wacht er irgendwie hier? Ich brauchte noch einen dritten, also wenn ich hier, oder ist das doch eine Täuschung wegen dem Fenster hier, wie hieß das, wie hieß das Map irgendwie durch in der Tür oder so? Gehörtisch müsste der, wo wir denn hier sein und müsste direkt hier rauslegen, zu dem, zur Längerung. Ähm. Wie der ist überhaupt? Und der da hier steht. Ich bin mit dem, Energiequelle, mit dem hier drinnen und der hier draußen. Wie würde hier funktionieren, wenn ich die Tür zu gehen würde? Auch irgendwie, wenn ich den hier raus mache, dann habe ich hier ein Problem. Okay. Kann man das nicht irgendwie hier einstellen? Ich bin mit dem hier drinnen und dem hier drinnen und dem hier drinnen und dem hier drinnen. Ich bin mit dem hier drinnen und dem hier drinnen und dem hier drinnen und dem hier drinnen. Ich bin mit dem hier drinnen und dem hier drinnen und dem hier drinnen und dem hier drinnen. Ich bin mit dem hier drinnen und dem hier drinnen und dem hier drinnen und dem hier drinnen. das ist ja hier aber eine kiste schweben lassen ernsthaft das war großartig da ist der 1 ach nee wir sind ja der 1, das ist ja der komplette 1 ich habe mich einfach nur ausgesucht welches machen wir denn jetzt als erstes machen wir hier machen wir das genau so schwierig wahrscheinlich so gerne irgendwas bezüglich eines Sterns ok also wir haben ja so einen Stern dann haben wir hier so ein Ding dann haben wir dann haben wir da woher aber warum habe ich denn eine Rode gehört oder was habe ich die denn herbekommen da hinten was irgendwie wird es nicht Moment 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 Hier habe ich noch sowas. Was passiert eigentlich hier? Ah, da habe ich das. Und das. Und das. Und für sich muss ich doch hier irgendwie... Hier. Und den und den. Und jetzt? Oh, Blitz. Äh, Moment. Ahem, habe ich auch mal was vergessen hier? Ist irgendwie so ein Loch, wo ich durchgucken kann, ne? Aber. Ahem. Blau brauche ich um die Tür aufzahlen. Rot brauche ich um die Tür aufzahlen. Blau brauche ich um diese Tür aufzahlen. Und Rot. Rot brauche ich um diese Tür aufzahlen. Und Blau brauche ich um diese Tür aufzahlen. Äh, ich muss durchgegdonen, dass ich nur für jeden komischen Dings ein... ein Dingsjahrverbrauch das geht ja gar nicht anders als zu nicht gerade so, ne? soll ich das hinkriegen? das ist ja komisch weil das doch genauso schräg man sagt ja kein kreuzesundstrahl, ne? boah, hab ich hier irgendwas vergessen? wie ich den engsten Kurs hier ne? ich mach so ich mach den ich setz den ungefähr ja, Moment einsetze ich hier und hier und den und den das ist aber mehr als knapp echt mehr als knapp ja, ja, ähm hm, 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 hm nicht mehr schön hier das ganze ist nicht mehr schön na, hier ist mal was anderes nehmen wir den ok, wir haben über dem Zaun das ist die eine Tür, die wir für uns aufgemacht haben okay oh 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 easy 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 sei ich dann nicht ne? du kannst guckt, was hier die Map ist über den, ach doch, über den Zaun ja hm haben wir hier schönes Rase des Todes. Was? Was? Was?